Wenn du Swoop nicht bald aufwächst, trete ich dir auf deine kleinen Füßchen. Beeil dich. Bist du zurück, um einen Rekord aufzustellen? Wenn du meinen schlägst, werde ich echt sauer. Wieder zurück? Du hast die Mummel gefunden. Aber... ... ... ... ... Meint ihr, ihr würdet es überleben, wenn ich euch runterschubse? Nein, Bunkans Helden werden bald wieder vereint sein. Ich muss meine königliche Haltung bewahren. Schließlich sind wir endlich auf dem Weg zum Happy End. Wie recht ihr habt, ein perfekter Tag für zielüberen Trottel. Nein! Swoop! Oh, ich kann es nicht fassen. Ist das denn möglich? Das bezahlst du noch, Spatzenhirn! Ihr kehrt zurück zur Lagune, während Swoop und ich ihn abhängen. Ich wäre enttäuscht, wenn du deine tollen Flatterkünste vergessen hättest. Auf geht's! Auf geht's! Ein Wunsch! Das ist ein quatro Uhr! Ostern! Untertitelung voninity. Drücke die Aktionstaste oder halte sie gedrückt zum Flügelschlagen. Verpasse diesen Tasten einst mit deinem Fugelgesicht. Halte R1 gedrückt und bewege den linken Stick in eine beliebige Richtung für einen Sturzflug. Die schnellste Art zu fliegen. Halte R1 gedrückt. Du erwartest nicht, dass deine Königin etwas für dich trägt, oder? Du hast eine Greifentaste wie jeder andere. Königinnen heben nicht gerne. Tatsache. Hebe also bitte die Blöcke mit der Greifentaste an. Mit deinen Füßen. Ich muss dich verlassen, Swoop. Sieh zu, dass du den lila Dussel aus der Bank im Lagune verscheuchst. Leb wohl. Überraschung! Ich bin's. Das Genie, das aus dem großen Swoop einen Staubwedel macht. Nimm das! Ich bin's. Du hältst dich für schlau, Spatzenhirn. Hör jetzt mit dem Rumgeflattere auf! Hör jetzt mit dem Rumgeflattere auf! Was ist Swoop überhaupt für ein... Was ist noch eines für sich? Was ist das Angelegen? Was ist das Angelegen? Das von der Schlaufe! Was ist das Angelegen? Wie schrecklich ermüdend das hier ist. Ich meine ernsthaft. Oh, 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 also ich hab dich angesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Zeit für ein paar drastischere Maßnahmen. Komm schon. Wie schnell kannst du wirklich fliegen? Bist du müde, Spatzenhirn? Gib auf. Bist du müde, Spatzenhirn? Bist du müde, Spatzenhirn? Bist du müde, Spatzenhirn? Was schrecklich? Ich habe dich ... ... ab. Bist du müde, Spatzenhirn, Spatzenhirn? gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.